Musik Mit dem HDD Arconi Jesenitze empfangen die Zeller Eisbären in der 10. Runde der Alps-Hockey League den souveränen Tabellenführer und großen Titelfavoriten in der Keke Litt Arena. Die letzten neun Matches haben die Slowenen allesamt gewonnen und auch gegen die Blau-Gelben gehen die Obergreiner mit ihrem ersten Torschuss in Minute 8 in Führung. Die Führung der Gäste ist zu diesem Zeitpunkt durchaus glücklich, hatten die Zeller in der Anfangsphase doch eigentlich mehr vom Spiel. In Minute 9 wird der starke Auftritt der Eisbären dann aber doch belohnt, mit dem Ausgleich durch Jürgen Tschernutter. Die Zeller sind in der Folge der Führung deutlich näher. Am Ende von Drittel 1 lautet die Torschussbilanz. 15 zu 6 für die Hausherren. In weiteren Toren schlägt sich die Überlegenheit aber nicht nieder. Nach Seitenwechsel machen die Blau-Gelben weiter richtig Dampf und in Minute 26 bringt Anton Sine Bugows mit dem 2 zu 1 die Halle ein weiteres Mal zum Beben. Der Jubel der Eisbärenfans ist noch gar nicht richtig verhallt, da schlagen die Slowenen schon eiskalt zurück. Torschütze zum 2 zu 2 ist Etu Elo. Die Gäste sind nun deutlich besser im Spiel, die großen Torchancen haben aber weiterhin die Eisbären. Und mehrmals haben sie die erneute Führung am Schläger. Zunächst ist es Dominik Unterweger nach einem schnellen Konter, dann vergibt Hubert Berger und zu guter Letzt scheitern gleich mehrere Zeller. Am knappsten Henrik Neubauer an diesem Wahnsinn-Safe von Keeper Kogowschek. Kurz vor Ende des zweiten Drittels belohnen sich die Zeller dann doch noch, wenn auch mit etwas Glück. Philipp Kreuzhaus-Schlenzer klatscht an die Querlatte, fliegt einmal Richtung Halbendecke, um dann doch noch den Weg ins Tor zu finden. Zum 3 zu 2 für die Eisbären. Im Schlussabschnitt übernimmt der Tabellenführer klar das Kommando am Eis. Die Zeller setzen aber immer wieder offensive Nadelstiche und ein solcher führt in Minute 48 zum 4 zu 2. Als Torschütze geführt wird Hubert Berger. Die Eisbären verteidigen den Zwei-Tore-Vorsprung in der Folge lange Zeit souverän. Aber vier Minuten vor Schluss rutscht Zellkeeper Frank dieser Urukalo-Schuss durch und die Slowenen sind wieder im Spiel. Keine zwei Minuten später kommt es noch schlimmer für die Hausherren. Aus spitzem Winkel schieß Zasorajsa Keeper Frank an und der befördert den Puck zum 4 zu 4-Ausgleich unglücklich ins eigene Tor. Der Schock steht den Eisbären-Fans ins Gesicht geschrieben, aber Sekunden vor Schluss sorgt Philipp Kreuzer dann doch noch für ein Happy End. Durch die Schiene von Keeper Kogovszek schiebt er den Puck zum 5 zu 4 in die Maschen. Und damit ist der Überraschungssieg gegen den Tabellenführer aus Jesenitze perfekt. Ja, ich meine es hätte in beide Richtungen gehen können, es war das Glück auf unserer Seite, aber Wenn man 4-2 vorne ist, dann sollte es das eigentlich nicht mehr hergeben. Und die Huftaus lernen wir. Was bereitet euch der Sieg heute? Morgen ist er wahrscheinlich wieder abgehackt, weil am Sonntag kommt die nächste Partie. Aber für heute bereitet es einmal einiges. Ja, ich denke, unser erster Titel war schlecht. Keine Energie. Und auch, ich muss gratulieren zum Zähl am Seemannschaft. Wie ich gesagt habe zu unseren Jungs, du musst auch lernen zu verlieren. Und gratulieren zum Gegner für das gute Spiel.